Ich heiße Victor Emanuel Mayer. Victor Emanuel? So ein Junge wie du heißt nun Victor Emanuel. Das ist doch ein Name für einen König. Wieso? Ah, italienische Könige haben oft so geheißen. Victor Emanuel. Ich sehe aber fast überhaupt nicht aus wie ein italienischer König, oder? Da, ist ein Spiegel. Victor Emanuel, du italienischer Königsname. Nee, so sehe ich nicht aus. Und deshalb will ich auch gar nicht mehr Victor Emanuel heißen. Hey Mann, seid ihr nicht so sauer? Na, rennt doch nicht gleich weg. Das war an einem Nachmittag, als er diesen Entschluss fasste. Ich will nicht mehr Victor Emanuel heißen. Denn erst als er allein zu Hause war, hat er sich das ganz fest vorgenommen. Vorher, mit dem Otto in dem Gemischtwarenladen, da hatte das Ganze ja erst angefangen. Aber jetzt, so ganz allein zu Hause, da wurde es ihm immer klarer und er machte ernst. Dieser Name wird abgeschafft. Ja, er war ganz allein. Seine Mutter war noch zur Arbeit, seine Schwester war in der Klavierstunde, seine Großmutter war beim Friseur und sein Großvater war seit Ostern tot. Für den Fall, dass irgendeinem Hörer beim Aufzählen der abwesenden Verwandten der Vater abgehen sollte, sei gleich und ein für alle Mal gesagt, er hatte keinen. Naja, er hatte zwar einen Vater, aber der wohnte am anderen Ende der Stadt. Tja, wie ging es nun weiter mit Victor Emanuel? Hm, ich brauche unbedingt einen neuen Namen. Klar, ich weiß eine Menge Namen, aber ich kann mich doch nicht selbst nennen. Man wird doch getauft oder genannt oder so. Ich frage mal am besten die Leute hier im Haus. Vielleicht hat einer eine Idee. Na du, was ist denn? Ich möchte nicht mehr Victor Emanuel heißen, Frau Müller. Haben Sie eine Idee, wie ich heißen könnte? Wie, gefällt dir dein Name nicht? Nein, ich muss sofort meinen anderen haben. Na ja, wenn es so dringend ist, nenn dich doch einfach Vic oder Emi. Vic, nee, das gefällt mir überhaupt nicht und Emi ist doch blöd. Tja, mir fällt mir da auch nicht ein. Frag dann noch mal weiter im Haus rum. Vielleicht hat einer noch eine Idee. Ja, danke, Frau Müller. Tschüss. Tschüss. Eine Stunde ist er dann durchs Haus gewandert und hat alle gefragt. Wissen Sie einen neuen Namen für mich? Pipsi, vielleicht du doch streut hier in deinen Pfund. Maus, Wutz und Lauf, Huse. Nein, Boy ist gut. Einfach Boy. Also ich finde, man sollte stolz auf seinen Namen sein. Einfach umändern, das geht doch nicht. Außerdem ist Victor Emanuel so ein stolzer Name. Ach, Stups ist doch süß. Oder Woppel oder Finky. Ich weiß gar nicht, was du willst. Victor Emanuel passt doch großartig zu dir. Also, was hältst du von Apfel oder Pappel oder Pimmelko? Ach, ihr spinnt ja. Ah, das war ja wohl nix. Die Leute hatten alle keine Fantasie. Also wartete er, bis seine Mutter von der Arbeit kam, seine Schwester aus der Klavierstunde und die Großmutter vom Friseur. Aber die wussten auch nichts. Mensch, die drei zusammen haben noch weniger Ideen als ein altes Pferd. Er rannte also wieder zu Otto in den Gemischtwarenladen, setzte sich hinten auf einen Sack mit Kartoffeln, angelte sich aus der Kiste, auf der stand Lollipops made in USA, einen grünen Lutscher mit Waldmeistergeschmack und lutschte und dachte und dachte und lutschte. Da kam Otto, lehnte sich ans Regal und schaute ihm grinsend zu. Er guckte auf die Lutscherkiste, guckte wieder auf den Jungen und dann kam's. Na, Lollipop? Worüber denkst du denn so angestrengt nach? So war's. So bekam Lollipop seinen Namen. Lollipop hatte viele Freunde, aber keinen Freund. Keinen besten Freund, abgesehen vom gemischten Otto. Doch der Otto war weit über 50. Der Otto wollte immer reden und reden, auch zuhören und zuhören. Das war anstrengend für Lollipop. Er will auch keine Comics lesen. Er wird ganz wöre davon im Kopf, sagt er. Kein Wunder, wenn er die Sprechblasen und Denkblasen immer durcheinander schmeißt. Und dann hält der Egini-Gib immer für einen Freudenschrei. Und wenn sich Lollipop beim gemischten Otto über die Mutter oder die Großmutter oder die Schwester beschwerte, dann gab ihm der gemischte Otto nicht immer recht. Von einem besten Freund muss man das aber erwarten können. Und deshalb möchte ich einen Jungen zum Freund. Unter den Freunden von Lollipop gab es genug, die sich um die Stelle beworben hätten. Hm, ich denke da an einen ganz bestimmten. Nun war das aber ziemlich merkwürdig. Lollipop kannte alle Kinder in der Umgebung. Aber den besten Freund hatte er. Außer am Fenster noch nie gesehen. Lollipop ging oft zu dem Haus, wo sein Freund wohnte. Er ging vor dem Haus auf und ab. Er ging auch ins Haus hinein und in den zweiten Stock hinauf. Dort waren sechs Wohnungstüren. Drei davon kamen nicht in Frage, sie waren zu weit rechts. Übrig blieben Houdina und Bunsel und Kronenberger. Ich bin da nicht gerade feige. Aber so einfach bei Houdina, Bunsel oder Kronenberger klingeln und nachdem da Fragen, wo ich noch nicht mal den Namen weiß, Was? Nee, das mache ich nicht. Der gemischte Otto versprach, sich der Sache anzunehmen. Zu ihm kamen ja viele Leute aus der Gegend. Die meisten redeten mit ihm. Lollipop, bis morgen nach der Schule gebe ich dir Bescheid. Gib mir doch mal den Zettel darüber. Den? Ja, den. Wie heißen die Leute, die in Frage kommen? Houdina, Bunsel und Kronenberger. Houdina, Bunsel, Kronenberger. Am nächsten Tag, gleich nach der Schule, holte sich Lollipop seinen Bescheid. Die Kronenbergers haben an Eier Geflügel geschäuft. Und das betreffende Kind hört auf den Namen Tommy. Aha. Ja, die Eltern nehmen den Tommy jeden Morgen um sieben Uhr mit ins Geflügelgeschäft. Und der Tommy, der geht in die Schule gleich neben dem Geflügelgeschäft. Am Abend zurück in halb acht kommt der Tommy mit den Eltern wieder nach Hause. Ach, deshalb sehe ich ihn immer nur ab, samt Küchenfenster. Ja, ich habe im Telefonbuch das Geschäft schon gefunden. Es ist in der Brunnengasse vier. Du musst sieben Stationen mit der Straßenbahn fahren. Und dann ist es, was mal, dann ist es, ja, ja, die erste Straße rechts. Natürlich ist Lollipop sofort losgefahren. Eine halbe Stunde später stand er vor der Ladentür vom Eier Geflügelgeschäft. Er ging gleich rein. Hinter der Theke stand ein Mann in einem weißen Mantel und einer Menge Blutflecken drauf. Vor ihm lagen Hühnerleber, Entenmägen, Gänsehälse, Füße. Lollipop schmiss es fast aus den Sandalen. Wenn er was für sein Leben nicht ausstehen konnte, waren das Blutflecken auf weißem Mantel und Geflügelgeruch. Er hielt die Luft an, schaute zu Boden und sagte nur, ein Ei bitte. Der Weiße mit dem Blutfleck drückte Lollipop das Ei in die Hand und verlangte 20 Pfennig. Lollipop gab sie ihm schnell und verschwand. Was mache ich jetzt bloß mit dem Ei? Was blöderes als ein Junge, der mit einem Ei durch die Gegend trennt, gibt es ja wohl nicht. Und da kam der große Hund. Er sprang auf Lollipop zu und nahm ihm das Ei aus der Hand. Und Lollipops kleiner Finger hatte einen winzigen roten Tupf. Den Tupf hatte der Eckzahn vom großen Hund gerissen. Am nächsten Tag kaufte Lollipop im Eiergeflügelgeschäft einen Gänsehals. Was ist denn das? Wie kommt denn der Gänsehals in den Mülleimer? Lollipop? Hast du einen Gänsehals in den Mülleimer geworfen? Ich wieso? Dann war es wohl deine Schwester. Nö, Mutti, ich weiß nichts von dem Gänsehals. Aber einer von euch muss das Ding doch angeschleppt haben. Ich weiß wirklich nicht, wie der doofe Gänsehals da hinkommt. Du schwindelst doch. Du bist ja ganz rot. Ich weiß nicht. Warum sagst du denn nicht, woher du dieses scheußliche Dings da hast? Ich weiß wirklich nicht. Jetzt hört aber auf und macht nicht so ein Theater. Soll lieber einer einen Mistkübel ausleeren, damit das verdammte Ding nicht anfängt zu stinken. Oma hat ganz recht. Ich bring's runter. Am nächsten Tag kaufte Lollipop 50 Gramm Hühnerleber und wieder am nächsten Tag einen Hühnermagen und dann einen kleinen Becher Bratfett. Und jedes Mal sah er ein kleines Stück von Tommy und nicht mehr. Da war nämlich hinter der Glasvitrine eine Tür zu einem Zimmer. Die Tür war immer halb offen. Eine Frauen- und eine Kinderstimme waren aus dem Zimmer zu hören. Iß jetzt, Tommy, und dann mach deine Hausaufgaben. Ich hab keinen Hunger. Du musst dabei essen, sonst wächst du nicht. Will ich auch gar nicht. Einmal sah Lollipop ein Bein von Tommy und einmal einen halben Tommy-Kopf. Lollipop war ziemlich ratlos. Außerdem verschlang der Eiergeflügelladen sein ganzes Taschengeld. Und am Ende der Woche brachte ihn seine Schwester in ziemliche Bedrängnis. Der Lollipop steigt jeden Nachmittag in die Straßenbahn ein. Das hab ich selbst gesehen. Ach, du spinnst ja. Ist ja wohl wahr. Ich hab es ja selbst gesehen. Ehrenwort. Lollipop, was ist los? Wo fährst du immer hin? Ach, nirgends. Lollipop, steigst du nun in die Straßenbahn ein oder nicht? Ja, nein. Lollipop, ich muss wissen, was du tust. Nein, doch. Nein, doch. Pass mal auf, Lollipop. Du musst mich auch mal verstehen. Da sitze ich dann im Büro und der Chef diktiert mir einen Brief. Einen mit drei Fremdwörtern in jeder Zeile. Aber ich muss immer dran denken, wo mein Sohn mit der Straßenbahn hinfährt. Und da mach ich dann sieben Tippfehler in den Brief rein. Und der Chef wird böse. Und gibt mir zu Weihnachten keine Gehaltsaufbesserung. Also das wollte Lollipop nun wirklich nicht. So erzählte er seiner Mutter vom Freund, der Tommy hieß, auch vom Gänsehals und sogar vom Ei und vom großen Hund, der ihm fast den kleinen Finger durchgebissen hätte. Und die Mutter lachte über den Hund und das Ei. Darüber ärgerte sich Lollipop. Gerade sagt die Mutter noch, die macht sich viel Sorgen. Und dass die Briefe voll Tippfehler sind. Und jetzt lacht sie, obwohl mein kleiner Finger doch in höchster Gefahr war. Am Abend kam die Mutter mit zum Küchenfenster und winkte zum Tommy hinüber und der Tommy winkte zurück. Aber mehr passierte auch nicht. Schreib, mein Brief ist am einfachsten. Nee, ich bin gegen das Verstrichen. Ha, hast du Angst gegen Schreibfehlern? Hat doch die Klappe. Stell dich doch morgens an seine Haustür um sieben, wenn er aus dem Haus geht. Aber Lollipop war kein Morgenmensch. Um sieben Uhr morgens war noch nichts am Runter. Mensch, um sieben Uhr morgens kann man doch auf keinen Fall einem Jungen die Freundschaft anbieten. Nee, das kann man nicht. Noch weniger als im Geflügelladen. So blieb Lollipop nur noch eine Möglichkeit, von der er selten Gebrauch machte, weil sie ihm etwas unheimlich war. Der Blick durch den grünen Dauerlutscher. Lollipop hatte das ganz zufällig einmal entdeckt. Dazu brauche ich einen grünen Dauerlutscher. Der ist der Sorte Lollipop made in USA. Wenn ich den nämlich von beiden Seiten ablutsche, so dass er nicht kleiner wird, aber ganz dünn, so dünn, dass er dann durchsichtig ist. Und wenn ich den dann vor ein Auge halte und das andere zukneufe und gucke durch den Lollipop jemand ganz fest an, dann tut er genau das, was ich will. Lollipop wandte den Blick durch den Lollipop nur im Notfall an. Und jetzt ist ein Notfall. Guten Tag, junger Mann. Na, was soll's denn heute sein? Ich wollte heute eigentlich nichts vermuten. Der in den weißen Kittel mit den Blutflecken guckte erstaunt. Die Tür zum Hinterzimmer war diesmal geschlossen. Lollipop knifft das linke Auge zu und hielt den Lollipop vor das rechte und starrte den weißen, der jetzt hellgrün war, an. Sag mal, was ich dich schon gestern fragen wollte. Bist du nicht der Junge, der uns gegenüber wohnt? Den unser Tommy jeden Abend am Fenster sieht und der ihm immer winkt? Mhm. Ja, natürlich. Na, da komm mal mit durch. Unser Tommy wird sich freuen. Er hat nämlich keinen Freund. Der Weiße machte die Tür zum Hinterzimmer auf. Auf einer Bettbank saß der Tommy. Er las in einer Mickey-Maus und bohrte in der Nase. Ich möchte gern dein Freund sein. Ja, gern. Wenn du willst. Sie spielten zusammen Domino und sahen sich einen Stoß Mickey-Maus-Hefte durch. Der Frau Kronenberger gefiel Lollipop. Sie rief Lollipops Mutter im Büro an und die beiden Damen machten aus, dass Lollipop nun an jedem Dienstag zu Tommy kommen sollte und Tommy würde jeden Freitag zu Lollipop kommen. Und so war es dann auch. Allerdings stellte sich bald heraus, dass Tommy außer... Wie gern, wenn du willst. ...nicht viel zu sagen hatte und außer Domino nichts spielen konnte und außer Mickey-Mausen nichts lesen wollte. Mensch, es gibt Lollipop. Was findest du bloß an diesem Knilch? Kannst du deinem Bruder nicht mal in Ruhe lassen? Ich verstehe trotzdem nicht, was der in dieser trüben Tasse findet. Der Kerl hat doch Blei in den Füßen und Watte in den Ohren. Er ist mein Freund und ich hab ihn nun mal. Die Großmutter von Lollipop war Putzfrau im Büro einer Elektrofabrik gewesen. Sie hatte da werktags von 5 bis 8 Uhr morgens geputzt. Jetzt war die Fabrik verlegt worden und die Großmutter hatte eine neue Stelle gefunden. Nicht im Büro einer Fabrik, sondern bei einer Familie. Hufstädter heißen die Leute. Bei denen bekomme ich viel mehr die Stunde. Und außerdem gefallen sie mir. Die waren mir gleich sympathisch. Sag mal, stehen diese Leute denn schon so früh auf, dass du um 5 Uhr bei denen putzen kannst? Nö, warum? Oh, da putze ich erst aber elf, das ist ja auch gut so. Da kann ich endlich mal länger schlafen. Ich war sowieso die frühe Aufsteherei leid. Ah, so? Ja, dafür arbeite ich dann natürlich bis 6 Uhr abends. Was? Und mein Mittagessen und meine Aufgaben? Na, wäre ja nicht schlecht, wenn du mal langsam ein bisschen selbstständiger würdest. Bist du wahnsinnig? Ja, nun, reg dich mal nicht auf. Dafür gehe ich ja nur dreimal in der Woche zu den Hofstädters. Vier Tage bin ich zu Hause. Und drei Tage in der Woche wirst du dir ja auch mal ein bisschen selber helfen können, nicht? Lollipop blieb böse und beleidigt und wartete ab. Aber es wurde noch schlimmer, als er erwartet hatte. Nicht nur, dass er drei Tage in der Woche keine Großmutter hatte, sie wollten auch noch, dass er die entsetzlichsten Dinge tat. Ich soll mittags nach der Schule auf dem schnellsten Wege nach Hause laufen, mich an den Ofen stellen und so lange in der Kartoffelsuppe herumrühren, bis sie warm ist. Ich soll den schmutzigen Teller in den Abwasch stellen und Wasser hineinlaufen lassen. Und ich soll zum gemischten Otto gehen mit einer langen Liste voll langweiliger Sachen wie Mehl und Waschpulver und Zucker und Reis. Und dann wollen sie auch noch, dass ich Schuhe zum Schuster bringe und Klamotten aus der Reinigung hole. Und das Schlimmste war, außer Lollipop fand das keiner unerhört. Sogar der gemischte Otto lachte bloß. Und die Lehrerin verstand ihn auch nicht. Nur der Egon, der neben ihm in der Schule saß, der hatte eine Idee. Mensch, Lollipop, hast du keine große Schwester? So eine lange Blonde? So eine, die mindestens zwei Jahre älter ist als du? Na klar. Dann kapiere ich das alles nicht. Ich habe nämlich auch eine Schwester. Die muss bei uns auch alles machen. An diesem Tag ging Lollipop heiter von der Schule nach Hause, obwohl es ein großmutterloser Tag war. Eigentlich ging er ja nicht direkt nach Hause. Er spielte im Park noch ein bisschen Fußball, begleitete den Egon nach Hause und ging sich noch ein Himbeereis holen. Die Schwester hatte jeden Tag eine Stunde länger Schule, aber sie war schon zu Hause, als Lollipop ankam. Wo kommst du denn jetzt her? Du solltest doch, wenn du nach Hause kommst, sofort den Backofen anmachen. Wenn du das gemacht hättest, dann wären die Schinkenudeln jetzt schon fertig. Die Oma hat doch alles schon vorbereitet. Na und? Wärst du rechtzeitig nach Hause gekommen, wären die Nudeln jetzt schon knusprig, braun und heiß. Na und? Und dabei habe ich Hunger wie ein Bär. Jetzt dauert es bestimmt noch 20 Minuten, bis sie fertig sind. Na und? Jetzt flitz dich nicht da rum. Reiß dir mal den Topf an. Mann, hilf mir doch mal ein bisschen. Ofen anmachen und Nudeln aufwärmen ist Frauenarbeit, verehrte Schwester. Spinnst wohl. Und übrigens, verehrte Schwester, bin ich der viel kleinere. Jetzt steh auf und deck schon mal den Tisch. Dann können wir wenigstens gleich essen, wenn die Nudeln fertig sind. Ich steh aber nicht auf. Du bist wohl total übergeschnappt. Benehmst dich wie ein Sultan im Harem. Ich tue sowieso viel mehr als du. So, kapiert, los, jetzt hilf mir. Nö, hab sowieso keinen Hunger. Hey, wo willst du hin? Geh doch von der Tür weg. Wo willst du hin? Ich lasse dich nicht raus. Mann, lass mich jetzt durch. Erst hilfst du mir noch. Ich denk da nicht dran. Lollipop trat ihr gegen das Schienenbein und draußen war er. So ging es von jetzt an an fast allen großmutterlosen Tagen. Und an den Abenden war es auch nicht mehr so gemütlich wie früher. Denn da beschwerte sich die Schwester bei der Mutter und bei der Großmutter über Lollipop. Und die Mutter und die Großmutter sagten, dass sie über Lollipop ziemlich traurig seien und das Lollipop ein Miststück sei. Jedenfalls sagten sie gar nichts, was Lollipop Spaß machte. So streckte er der Schwester an diesem Abend die Zunge raus und der Großmutter schnitt er hinterrücks Gesichter. Und zur Mutter sagte er, Du lass mich schon überhaupt in Ruhe. An den Tagen, als die Großmutter zu Hause war, war es auch nicht schöner für Lollipop. Wenn man sich gestern angeekelt hat und genau weiß, dass man sich morgen wieder anekeln wird, dann gibt man sich auch heute nicht besonders viel Mühe, nett zu sein. Lollipop litt unter seinem Leben. Der Zustand muss sich ändern. Und zwar schnell. Von der Schwester war nichts zu erwarten. Die sagte immer wieder, dass sie erstens keine Frau, sondern auch noch ein Kind sei und dass das mit der Hausarbeit, die Frauenarbeit sein sollte, ein ausgemachter Blödsinn sei. Und die Großmutter lobte ihren neuen Arbeitsplatz. Da war auch nicht zu erwarten, dass sie da aufhörte. Die mit ihren Hofstädters. Da kann man ja das kalte Kotzen kriegen. Bei den Hofstädters, da macht das Arbeiten Spaß. Die haben einen Teppichsauger, Klopferkehrer, eine Spülmaschine, einen elektrischen Wäschetrockner und alles. Außerdem hatte sich die Großmutter an das Kind der Hofstädters verliebt. Sowas Doofes. Ein Kind, das entweder in dem Laufstall sitzt oder auf dem Boden rumkriecht. Hm, angeblich lächelt das Kind besonders lieb, wenn die Oma zur Tür reinkommt. Und dann heult das angeblich, wenn die Oma weggeht. Hm, das muss man sich mal vorstellen. Wenn ich die alte Hofstädter schon höre, ich wüsste gar nicht mehr, wie ich ohne sie auskommen würde. Also Lollipop fand das Getue um das Hofstädterkind und um die Hofstädtermaschinen einfach widerlich. Aber dass die Hofstädters zu meiner Großmutter einfach Oma sagen dürfen, das ist ja wohl ein Ding. Lollipop, freu dich doch, dass es die Oma doch so gut hat und so gern hingeht. Nee, Mama, ich finde das alles blöd. Und der Schwester trat er jetzt immer öfter gegen die Schienbeine. Jetzt fängt ihr auch schon mit den Hofstädters an. Ist jetzt zum Verrücktwerden. Besucht die Oma, wenn die bei den Hofstädters ist. Und geht auch noch mit dem Kinderwagen spazieren. Also da hilft nur noch ein gut abgeleckter grüner Lollipop. Er bereitete den Lollipop sorgfältig vor. Es wurde der durchsichtigste, hellgrünste Lollipop, den Lollipop je zubereitet hatte. Die Schwester saß vor den weichen Sesseln auf dem Boden. Sie häkelte aus rosa-roter Wolle eine Mütze für das Hofstädterkind. Für mich hast du noch nie eine Mütze gehäkelt. Lollipop nahm den grünen und hielt ihn vor das rechte Auge und kniff das linke zu. Er starrte auf die Großmutter. Er starrte auf die Schwester. Und die Großmutter starrte auf den Fernseher. Und die Schwester starrte auf die Häkelmütze. Und die Mutter starrte auf den Mann im Fernsehfilm. Der Mann hat doch eine viel zu große Nase, um wirklich schön zu sein. Och, es geht doch. Soll ich jetzt nochmal sechs Mäschen zunehmen? Ja, ja, noch sechs Mäschen. Die Mama guckt noch nicht mal die Häkelmütze an. Immer nur guckt sie auf den Mann mit der großen Nase. Die müssen alle zu mir gucken, damit das klappt mit dem Lolli. Lollipop hatte, als er noch klein war, dauernd Bronchitis gehabt. Er wusste genau, wie man husten musste, um häkelnde und fernsehende Leute zu interessieren. Lollipop, Liebling, Lollipop. Um Gottes Willen, was ist denn los? Jetzt fängt diese Husterei wieder an. Jetzt habe ich sie, dachte Lollipop. Er hörte mit dem Husten auf, weil es ihm viel zu anstrengend war. Gleich wird die Großmutter sagen, dass sie nicht mehr zu den Hofstätters geht. Die Großmutter sagte gar nichts. Und weil Lollipop nicht mehr hustete, setzte sie sich wieder vor den Fernsehapparat. Nun ja, nun ja, dachte Lollipop. Er rechnete fest damit, dass nun die Schwester gleich sagen würde. Eben habe ich eingesehen, dass Hausarbeit Frauensache ist. Ab jetzt mache ich den Haushalt, weil ich eine Frau bin und auch älter als Lollipop. Und Butterbrote mit Schnittlauch schmiere ich ihm auch. Doch die Schwester guckte Lollipop schon gar nicht mehr an. Sie häkelte wieder und zählte die Maschen. Nur die Mutter hockte sich zu Lollipop. Hör mal, hast du dich erkältet? Lass mal fühlen. Nee, Fieber hast du nicht. Möchtest du einen Schluck Wasser? Ach, lass mich, Mama. Ich muss mal. Lollipop war wütend. Am liebsten hätte er den Grünen weggeschmissen. Aber er nahm ihn dann doch mit ins Badezimmer. Wieso funktioniert er heute nicht? Es ist doch ein echter Notfall. Er hat doch sonst immer funktioniert. Was ist bloß mit dem blöden Lutscher los? Vielleicht ist er noch nicht durchsichtig genug. Lollipop stellte sich vor den großen Badezimmerspiegel, erhielt den Lutscher vors rechte Auge und kniff das linke zu. Der Lutscher war erstklassig durchsichtig. Lollipop konnte ganz klar und deutlich einen hellgrünen Lollipop sehen. Der hellgrüne Lollipop starrte aus dem Spiegel heraus und Lollipop starrte durch den Lollipop in den Spiegel hinein. Perflicks und zugenäht. Sei doch nicht so verdammt widerlich und tu was. Lollipop murmelte noch weitere Beschwörungen dem Grünen zu, doch hinter dem Grünen war ja der Spiegel-Lollipop. Und der Spiegel-Lollipop zogte ganz erschrocken zusammen. Sei doch nicht so verdammt widerlich und tu was. Ach du Schreck, jetzt haben wir den Salat. Sei doch nicht so verdammt widerlich und tu was. Der Grüne hatte gewirkt. Lollipop ließ den Lollipop sinken, seufzte tief auf und ging in die Küche. Lollipop nahm die schmutzigen Teller, stellte sie in das Becken und ließ Wasser drauflaufen und mit einem Lappen wischte er sieben rote Gulaschspritzer von den Kacheln hinter dem Ofen. Und dann sammelte er die Kartoffelschalen vom Tisch und warf sie in den Mülleimer. Und dann spritzte er Spülmittel auf die Teller und spülte doch glatt alles weg. Sogar den Küchenboden wischte er ein bisschen. Sei nicht so widerlich und tu was. Sei nicht so widerlich und tu was. Lollipop war vielleicht sauer auf den Lollipop. Doch dann kamen die Großmutter und die Mutter in die Küche und die beiden sagten, er sei ein ganz prächtiger und sehr vernünftiger Bursche. Und sie hätten ja immer gesagt, dass er in Ordnung sei. Dass sie immer gleich so übertreiben müssen. Lollipops Geldschwierigkeiten fingen an, als Lollipop in der Schule neben Eveline gesetzt wurde. Eveline war das hübscheste Mädchen in der Klasse. Eveline ist sogar das hübscheste Mädchen in der ganzen Schule. Sie hat goldene Locken und eine winzig kleine Nase. Und ihre Augen, die sind so blau wie Feichen. Du Lolli, gehen wir zwei nach der Schule Eis essen. Lollipop war ganz aus dem Häuschen. Das war nämlich eine sehr große Auszeichnung. Sonst ging Eveline nach der Schule immer nur mit dem schönen Peter aus der Klasse über ihnen Eis essen. Lollipop hatte eigentlich gedacht, sie würden sich auf dem Heimweg ein Eis im Supermarkt kaufen. Du Lollipop, das Eis aus dem Supermarkt ist zweitklassig. Im italienischen Eissalon unten an der Hauptstraße. Du, das Eis ist wesentlich besser. Also ging Lollipop mit Eveline zum italienischen Eissalon und dort wiederum dachte er, sie würden sich an der Theke ein Hörnchen Himbeereis kaufen. Ach Lollipop, weißt du, ist doch ein bisschen ordinär, diese Hörnchenleckerei. Du, hier im Lokal, das ist doch viel netter. Also setzten sie sich an ein kleines Marmortischchen direkt am Fenster. Dann kam die Serviererin und bei der, meinte nun Lollipop, würden sich jeder eine kleine Portion Himbeereis bestellen. Warte, Lollipop, ich mach das schon. Fräulein, bringen Sie bitte einen Kupen Melba mit viel Schokolade und Likör. Ach so, ja, für den Jungen hier auch. Er hatte bisher überhaupt nicht gewusst, dass es so etwas gab. Der Kupen Melba war eine Kugel Vanilleeis und darüber ein halber Pfirsich und darauf Schlagsahne und drumherum Kirschen und eine rote Soße, die nach Likör schmeckte. Der Kupen Melba war ziemlich gut, aber Himbeereis, fand Lollipop, schmeckte doch besser. Und außerdem war es leichter zu essen. Der Pfirsich war so hart und glitschte immer von dem Löffel runter und dann spritzte das Eis und die Schlagsahne rum. Hm, Kupen Melba spitze. Tja, mehr sagte die Eveline nicht. Sie löffelte so schnell Eis, dass sie keine Zeit zum Reden hatte. Dann trank sie noch die rote Soße weg. Tschüss, Lollipop, ich muss jetzt rennen. Meine Mami wartet mit dem Mittagessen. Weg war die Eveline. Dabei hatte Lollipop fest damit gerechnet, dass Eveline ihren Kupen Melba selber bezahlen würde. Genau noch 50 Pfennig blieben Lollipop, nachdem er der Serviererin die beiden Kupen Melba bezahlt hatte. Und das ist erst Dienstag. Und ich hab doch gestern schon das ganze Geld gekriegt. Und das Extrageld für den Malbock von der Oma war auch schon dabei. Lollipop war sauer. Doch am nächsten Tag in der Schule, als ihn Eveline mit ihren Pfeilchenaugen ansah und sagte, er sei ihr ganz, ganz süßer Lollipop und der solle ihr jetzt bitte eine Mark 50 leihen, weil sie ihren Radiergummi brauche. Da gab ihr Lollipop seine letzten 50 Pfennig und vom Egon lier sich noch zwei 50 Pfennigstücke dazu. Die gab er ihr auch. So ging das nun täglich. Nach zwei Wochen hatte Lollipop bei 14 Kindern in der Klasse Schulden. Er traute sich kaum noch auf den Schulhof raus. Lollipop, wann kriege ich mein Geld zurück? Möchten wir wissen, was der mit dem ganzen Geld macht? Lollipop, vergiss nicht, ich krieg noch eine Mark von dir. Und ich hab ihn zwei nach 50 geliehen. Lollipop, wenn ich nicht bald mein Geld zurück habe, dann sag es aber wirklich deiner Mutter. Eveline hörte das alles natürlich. Aber entweder war sie ein ungeheuer dummes oder aber ein ungeheuer gemeines Mädchen. Na, was ist Lollipop? Gehen wir heute wieder Eis essen? Bitte, erfliegen. Unsere Bonbon-Dose ist auch schon wieder leer. Ich habe heute wirklich kein Geld. So, der liebe Lollipop hat kein Geld? Hm, da muss ich eben wieder mit dem schönen Peter in den Eissalon gehen. Ich mag dich sowieso nicht mehr. Lollipop wusste sich keinen Rat. Er fragte den gemischten Otto. Lollipop, lass die ganz doch sausen. Die beutet dich nur aus. Das war aber auch kein guter Rat. Denn das wusste Lollipop ja selber. Er war ja nicht blöde. Er war nur ungeheuer verliebt in die Eveline. Und dann, an einem großmutterlosen Tage, Lollipop war allein, klingelte es an der Wohnungstür. Ach, Egon, willst du zu mir? Mhm. Was führst du denn? Mensch, Lollipop, ich brauche mein Geld. Ich kriege mittlerweile zwölf Mark von dir. Die brauche ich. Meine Mutter hat heute Geburtstag. An den großmutterlosen Tagen lag immer die alte Geldbörse der Oma auf dem Küchenschrank. Die Oma hat am Morgen Geld hinein. Und wenn Lollipop oder die Schwester einkaufen ging, bezahlten sie aus diesem Portemonnaie. Die Rechnungszettel steckten sie dann ins Seitenfach. Am Abend zählte die Großmutter das übrig gebliebene Geld und die Rechnungszettel zählte sie auch zusammen. Und nie fehlte ein Groschen. Denn Lollipop und die Schwester passten gut auf, wenn sie das Wechselgeld herausbekamen. Als nun Egon so dastand und die Hand aufhielt, da nahm Lollipop das Portemonnaie der Oma und gab ihm die zwölf Mark. Na danke, warum denn nicht gleich so? Jetzt saß Lollipop in der Küche und überlegte verzweifelt, wie er der Großmutter das Fehlen von zwölf Mark erklären sollte. Weil Lollipop mit dem Denken nicht weiterkam, ging er zum gemischten Otto und hockte sich mit einem grünen Lolli auf den Kartoffelsack. Und wie er so hockte und dachte und durch den grünen Lollipop guckte, entdeckte er einige Rechnungszettel, die die Leute an der Kasse liegen gelassen hatten. Auf einigen waren ziemlich hohe Endsummen, auf anderen aber auch sehr kleine. Und dann entdeckte er einen, da stand drauf, 7 Mark 30 und 3 Mark 20 und 1 Mark 50, 12 Mark? Gott sei Dank, da stehen tatsächlich 12 Mark drauf. Mit diesem Zettel rannte Lollipop nach Hause und besorgte sich erst einmal einen Kuli. 7 Mark 30, so, dahinter schreibe ich jetzt Zeichenblock, 3 Mark 20, ein großer Radiogamie, 1 Mark 50, Spezialbleibstift. Diesen Zettel steckte Lollipop in die Seitentasche des Portemonnaies. Am Abend schaute die Großmutter Lollipops Zettel auch nicht aufmerksamer an als die anderen Zettel. Lollipop war erleichtert. Nur, Lollipops Erleichterung dauerte nicht lange. Es sprach sich nämlich in der Schule herum, dass Lollipop dem Egon die Schulden bezahlt hatte. Da trinken die anderen Kinder natürlich noch mehr. Und es gab auch in der ganzen Schule kein Kind mehr, das Lollipop Geld leihen wollte. Und die Eveline wurde auch ganz böse auf Lollipop. Na, dann eben nicht. Dann darf eben der Schülpeter mit mir in die Konditorei gehen und Sahnetörtchen essen. Eveline sagte das nicht nur. Nach der Schule zog sie Hand in Hand mit dem schönen Peter ab. Lollipop ging traurig nach Hause. Hey Lollipop, ich brauch mein Geld. Im Egon hast du es zurückgegeben. Ich brauch meins auch wieder. Mensch Lollipop, ich brauch die 3 Mark dringend. Meine Mutter hat Geburtstag. Lollipop, ich brauch mein Geld zurück. Und Lollipop zahlte. Zahlte aus dem alten Portemonnaie der Großmutter. Die Großmutter fand am Abend jetzt immer die merkwürdigsten Rechnungen. 8 Mark 50 stand auf einem Zettel. Und Lollipop hatte daneben geschrieben, Wurst. Da hast du aber eine tolle Wurst gekauft, Lollipop. Da muss ich mal gleich probieren. Weißt du, Oma, ich hatte heute so einen großen Hunger, da hab ich die Wurst schon aufgegessen. Was, für 5 Mark hast du Äpfel gekauft? Kann ich dir auch mal einen von haben? Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Aber ich hatte heute so einen Heißhunger auf Äpfel. Mensch, keiner mehr davon da. Bist du aber verfressen. Also zu dem Schuster können wir auch nicht mehr gern. Der Kerl ist wohl verrückt geworden. 23 Mark für einen neuen Absatz. Das nächste Mal gehen wir zu einem anderen. Nach 4 Wochen hatte Lollipop alle Schulden abbezahlt. Und er machte auch keine mehr. Die Eveline ging ja jetzt mit dem schönen Peter. Doch Lollipop, der ein guter Rechner war, wusste auf den Groschen genau, wie viel Geld er der Großmutter aus dem Portemonnaie genommen hatte. 125 Mark waren es. Lollipop musste oft an die 125 Mark denken. Und das war kein gutes Gefühl. Einmal erzählte die Mutter am Abend von einer Bürokollegin. Die hat einen Sohn. Der stiehlte doch glatt das Geld aus dem Portemonnaie, dieses Missstück. Missstück. Mein Gott. Und ich bin doch wirklich kein Missstück. Nächsten Tag war Dienstag. Lollipop fuhr ins Eiergeflügelgeschäft, um Tommy zu besuchen. Und am Arm sein ferngesteuertes Lastauto, das hatte der Tommy bei Lollipop zu Hause jeden Freitag bewundert. Für 125 Mark kannst du es haben. Ja, gern, wenn du willst. Aber sicherheitshalber fragte Lollipop auch noch die Mutter. Die Frau Kronenberger hielt das für einen sehr günstigen Kauf. Sie holte die 125 Mark aus dem Sparschweinbauch. Lollipop fuhr schnell zum gemischten Otto. Er hielt es einfach nicht aus, dass der Tommy dauernd das Lastauto in der Hand hielt und immer mein Auto sagte. Du Otto, stell dir mal vor, einer aus unserer Klasse hatte Eveline so viel gekauft und dann hat er sein ganzes Geld ausgegeben. Lollipop erzählte dem gemischten Otto die ganze Sache. Verschwieg aber natürlich, dass er dieser Junge war. Ja, ja. Die Weiber bringen einen um den ganzen Verstand. Ja, aber was soll nun der Junge mit den 125 Mark machen? Tja, am besten, der Junge tritt vor seine Großmutter hin, gesteht ihr alles, überreicht ihr das Geld und bittet sie um Verzeihung. Aber ohne zu gestehen und um Verzeihung zu bitten, muss er die Sache auch zu regeln sein. Na ja, wenn der Junge zuerst zu hohe Rechnungen in das Portemonnaie hineingelegt hat, dann könnte er ja jetzt zu niedrige Rechnungen hineinlegen. Mensch, Otto, das ist die Idee. Ja, halt, Lollipop! Ich glaube, die Idee hat einen Haken. Aber am Abend fand die Großmutter einen Rechnungszettel im Portemonnaie. Darauf stand 7,50 Mark Schweineschnitzel. Das gibt's doch gar nicht. Nie im Leben kosten acht dicke Schnitzel 7,50 Mark. Die kosten doch garantiert dreimal so viel. Die Zeiten, wo Schnitzel 7,50 Mark gekostet haben, die sind doch längst vorbei. Das stimmt doch was nicht. Morgen früh werde ich mal gleich zum Metzger gehen und den Irrtum aufklären. Der Mann hat sich bestimmt vertan. Vielleicht auch nicht? Nee, nee, ich bin eine ehrliche Frau. Ich betrüge doch die Leute nicht. Die Großmutter war von der Idee einfach nicht abzubringen. Und dann ging's gleich weiter. Lollipop hatte für die Mutter auch eine Strumpfhose besorgt. Eine aus Schafswolle. 40 Mark hatte die Strumpfhose gekostet und Lollipop hatte nur 12,80 Mark dafür berechnet. Vom gemischten Otto hatte er sich einen Aufkleber mitgenommen. Darauf stand, super Sonderangebot. Beim Otto hatte der Aufkleber auf dem Schmierkäse geklebt. Nun klebte er auf der Strumpfhose und die Mutter war begeistert. Das ist ja fabelhaft, Lolli. Da bringst du mir gleich morgen nochmal viel von mit? Lollipop wurde noch blasser, als er es seit der Fleischrechnung schon war. So viel Geld zum Draufzahlen hab ich ja gar nicht mehr. Und als Lolli schon blass wie ein altes Leintuch war, da kam auch noch die Schwester daher und schwor Steine und Beine und Ehrenwort, dass in dem Kaufhaus, wo Lollipop die Hose gekauft hatte, zurzeit garantiert kein Sonderangebot in Strumpfhosen war. Diese Strumpfhose? Genau dieselbe, die hab ich doch heute Morgen 4.40 Mark im Schauerfenster gesehen. Na hör mal, und die Sache mit der Schnitzelrechnung, das ist überhaupt keine Rechnung vom Metzger. Das ist ein Zettel vom gemischten Otto. Jetzt war Lollipop schon so weiß im Gesicht wie frisch gefallener Schnee im Gebirge. Lollipop, erklär uns das. Lollipop, was soll das alles? Menschen, red doch schon. Doch Lollipop stand weiß und steif da und blieb ganz stumm. Was soll das? Du red schon. Raus mit der Sprache. Da wankte Lollipop zu seinem Bett und sank ganz einfach hinein. Ohne ein Wort. Die Mutter und die Großmutter und die Schwester waren hinter ihm hergelaufen. Sie fragten weiter und weiter. Lollipop, was ist denn? Mein Gott, Lollipop. Lollipop. Nur sag doch wenigstens was. Ist ganz egal was. Nur sag was. Ich brauch dringend einen Lollipop. Einen grünen. Die Schwester rannte zum gemischten Otto hinunter und kam mit einem halben Dutzend grüner Lollipops zurück. Jetzt sag aber was. Die Großmutter und die Mutter setzten sich zu Lollipop ans Bett. Sie redeten ihm gut zu. Es nützte gar nichts. Da gingen sie dann schlafen. Lollipop aber blieb lange wach. Und schlägte alle sechs grün, dünn und durchsichtig. Bis zum frühen Morgen brauchte er. Und wie er dann erschöpft und schneeweiß im Bett hockte, immer noch stumm, da kam der Doktor. Mund auf, junger Mann. Sonderbarer Belag. Sonderbar grün. Sehr sonderbar grün. Tja, da verschreibe ich dir erstmal eine Medizin zum Trinken und dann brauchst du was zum Lutschen. Und deine Mutter macht dir schöne Halswickel. Ja, da müssen wir mal sehen, wie wir das wieder hinkriegen. Hm. Sonderbarer Belag. Eine Woche lang blieb Lollipop im Bett. Die Großmutter ging in dieser Woche nicht zu den Hofstädters. Sie saß neben Lollipops Bett und strickte einen Pullover für Lollipop. Am ersten Tag der grünen Halskrankheit fragte sie mindestens ein Dutzend Mal, Also Lolli, Liebling, na was ist denn nun mit den Billion Strumpfhosen und dem ganz Billion Fleisch, hm? Lollipop aber redete immer noch nicht. Er hielt sich bloß einen grünen vor's linke Auge und einen vor's rechte und starrte die Großmutter an. Doppelt hält besser, sagte er sich. Am zweiten Tag der grünen Halskrankheit fragte die Großmutter nur noch sechs Mal nach dem Fleisch und der Strumpfhose und am dritten Tag fragte sie nur ein einziges Mal. Am vierten Tag redete sie kein Wort davon. Zur Sicherheit starrte Lollipop noch zwei Tage lang unentwegt durch die Lollipops und am siebten Tag stieg er aus dem Bett und holte das Geld aus seiner Hosentasche und überreichte es stumm der Großmutter. Die Großmutter fragte, wieso und warum und was soll ich? Doch weiter kam sie nicht, denn Lollipop hatte schon wieder einen Lollipop vor jedem Auge. Na ja, ist ja schon gut. Ja, für das Geld würde ich mir einen Hut kaufen, einen grün, den wollte ich schon lange. Verdammt noch mal, jetzt tu aber endlich die grünen Lutscher von den Augen, das ist ja nicht zum Aushalten. Lollipop tat die Lutscher weg und redete wieder. Ziemlich viel sogar. Von Strumpfhosen und Schweineschnitzeln aber war er kein Wort. Lollipop war in den letzten Wochen fünf Zentimeter gewachsen. Er freute sich deshalb, weil er jetzt genauso groß war wie eine gewisse Heidegunde Günsel. Die Heidegunde Günsel war aber schon eine Klasse höher und Lollipop bewunderte sie sehr. Er war nicht so in sie verliebt, wie seinerzeit in die Eveline, aber Heidegunde sagte bei den Schulfeiern immer die Gedichte auf. Wunderschön konnte sie das. Und in Turmen war sie genauso gut wie Lollipop. Du Heidegunde, konntest du heute Nachmittag vielleicht auch in den Park kommen? Vielleicht. Na, hoffentlich. An den Nachmittagen waren Heidegunde und Lollipop im Park. Dann, als das Wetter nicht mehr so schön war, waren sie bei Heidegunde zu Hause. Einmal, als Lollipop bei Heidegunde am gläsernen Esstisch saß und Schokoladeneis und Knusperwaffeln verspeiste, hörte er die Großmutter und die Mutter von Heidegunde und die Tante Friederike im Nebenzimmer reden. Also mit der Anna, das geht so nicht mehr weiter. Herrgott, so was saudumes und schlampiges. Du hast vollkommen recht. Und hinterhältig ist sie auch. Und dann auch noch so was von Geldgier. Wenn sie wenigstens etwas sauberer wäre. Wer ist denn die Anna? Unsere Putzfrau. Und die ist wirklich so? Alle Putzfrau sind. Ist doch gar nicht wahr. Doch, kannst du mir glauben. Frag nur meine Mama, die kann dir das bestätigen. Nein. Sag mal, Lolli, deine Oma geht doch noch arbeiten. Was für einen Beruf hat sie denn eigentlich? Hätte die Mama Lollipop einen Tag früher gefragt, hätte er garantiert gesagt, dass seine Oma Putzfrau bei den Hofstädters ist. Hätte die Mama eine Woche später gefragt, hätte Lollipop wahrscheinlich schon wieder sagen können, dass seine Oma Putzfrau ist. Doch jetzt, wo Heidegunde gerade über alle Putzfrauen geschimpft hatte, da war das Lollipop ganz unmöglich. Meine Oma ist Krankenschwester bei Kindern. Auf das Hofstädterkind passte die Oma ja auch auf, wenn sie da putzte. Und weil das Hofstädterkind gerade krank war, tja... Meine Oma ist Krankenschwester bei Kindern. Krankenschwester bei Kindern? Das ist ein sehr schöner Beruf. Da bewundere ich deine Oma aber. So, ich glaube, wir können noch ein bisschen rausgehen, Heidegunde. In welchem Krankenhaus arbeitet denn deine Oma? Im, äh, im Wilhelmspital. Ach, Im Wilhelmspital. Ja, 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 im Wilhelmspital. In der Infektionsabteilung? Äh, wie bitte? Das ist ja fabelhaft. Im Wilhelmspital, da kenne ich mich gut aus. Und besonders in der Infektionsstation. Weißt du, der kleine Bruder von Heidegunde lag über drei Monate auf der Infektionsstation. Der hatte so einen komischen Virus. Ja, der arme Kerl. Du Mama, du kennst doch alle Schwestern auf der Infektionsstation. Ja, richtig. Äh, sag mal, ist deine Oma vielleicht die kleine, grauhaarige, lustige Schwester, die beim scharfen Esssacken immer so ein bisschen mit der Zunge an die Zähne kommt? Das klingt ja so süß. Nee, das ist er nicht. Ach, dann ist es bestimmt die Schwester Bertha. Die große, strenge, stattliche Schwester Bertha mit dem üppigen Busen und der tiefen Stimme. Lollipop war ratlos. Er schüttelte den Kopf. Da aber die meisten Krankenschwestern in der Kinderinfektionsstation sehr jung waren, blieb jetzt nur noch eine Schwester übrig, die seine Oma sein konnte. Dann ist es bestimmt die Schwester Erna. Lollipop hatte plötzlich eine mitteldicke, mittelgroße Oma mit randloser Brille und enorm vielen geringelten, rot gefärbten Haaren, die dauernd lachte und kleine Jungs lieber mochte als große Mädchen. Als Lollipop an diesem Nachmittag nach Hause ging, nahm er liebe Grüße an die Oma mit. Ausgerichtet hatte die natürlich nicht. Doch am nächsten Nachmittag war er wieder bei Heidegunde. Übrigens Frau Gümsel. Ja? Ich soll Ihnen noch einen schönen Gruß von meiner Oma bestellen. Oh danke, das ist ja reizend. Deine Oma erinnert sich noch an unseren kleinen Sohn? Ja natürlich. Also das ist ja wirklich reizend. Jedes Mal, wenn Lollipop jetzt zu Heidegunde kam, fragte ihn die Mama nach der Oma. Lollipop blieb einfach gar nichts anderes übrig, als von der rothaarigen Oma zu erzählen. Lollipop gewöhnte sich langsam an sie. Natürlich gab es auch Schwierigkeiten mit der rothaarigen Oma Erna. Lollipop konnte sich ihren Dienstplan nicht merken. Dass sie Nachtdienst hatte, vergaß er oft. Heute hat mir die Oma zum Frühstück mein Pudding gemacht. Die hat doch jetzt ihre Nachtdienstwoche. Ach so, ja, ja, stimmt ja. Ich rede ja auch von meiner anderen Oma. Wenn meine Oma Nachtdienst hat, dann kommt die andere Oma und macht Frühstück. Da ja viele Kinder zwei Omas in der Familie haben, wunderte sich niemand darüber in der Familie Günsel. Auch mit dem Buch der Rekorde und der roten Oma Erna gab es Schwierigkeiten. Lollipop besaß ein Buch, das hieß Buch der Rekorde. In dem Buch war aufgeschrieben, wer es wann am längsten unter Wasser ausgehalten hatte, wer am längsten je Klavier gespielt hatte und wer die meisten Kartoffeln essen konnte. Heidegunde wollte dieses Buch lesen. Lollipop interessierten die Rekorde überhaupt nicht. Du, ich schenke dir das Buch. Doch Lollipop war leider sehr vergesslich. Jeden Morgen, wenn sie sich beim Schultor trafen, fragte Heidegunde, Hast du mir mein Buch mitgebracht? Verdammt, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Und jeden Nachmittag, wenn Lollipop zu ihr kam, fragte sie auch, Hast du mir mein Buch mitgebracht? Verdammt, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Morgen bringe ich es dir ganz sicher mit. Ich mache mir einen Knoten ins Taschentuch. Und am nächsten Morgen hatte er es wieder nicht und am nächsten Nachmittag auch nicht. Also Lollipop, ich gehe jetzt mit dir nach Hause und hole mir das Buch. Das ist Blödsinn, Heidegunde. Entschuldige, aber morgen bringe ich dir das Buch wirklich mit, ganz bestimmt. Quatsch nicht rum, du bringst das nie, ich gehe jetzt mit dir. Mensch, jetzt sehe ich gerade, dass ich meine Wohnungsschüssel vergessen habe. Ich kann ja gar nicht in die Wohnung rein. Mensch, bist du vergesslich. Gerade hast du doch die Schlüssel in die Jackentasche gesteckt. Heidegunde ging stur neben Lollipop her. Gott sei Dank ist die Oma wenigstens bei den Hofstädters, dachte Lollipop. Aber er war auch trotzdem sehr beunruhigt, weil doch seine Wohnung sehr viel weniger hübsch war als das Haus von Heidegunde. Ach, übrigens weißt du schon, dass meine Mutter demnächst neue Möbel kaufen will. So? Dann kommt auch bald der Installateur, der will unser Bad neu kacheln. Und die Türen und Fenster, die kommen noch zum Anstreicher. Sogar im Treppenhaus und vor der Wohnungstür redete Lollipop unentwegt wie ein Wasserfall, dass seine Wohnung demnächst, übermorgen vielleicht schon, viel, viel hübscher sein werde. Morgen kommt ein Mann, der nimmt hier die alte, schäbige Plastikwand weg. Und dann kommt da eine neue hin, aus Palisander und Schmiedealden. Mann, Lolli, ich hab gar nicht gewusst, dass du dich für Möbel interessierst. Ihr waren Möbel nämlich total gleichgültig. Sie wusste nicht einmal, wie Palisanderholz aussah. Gerade wollte Lollipop mit Heidegunde ins Kinderzimmer gehen. Tag, Lollipop. Tag. Ach, mir war heute gar nicht gut. Vielleicht vor dem Kreislauf. Bin ich ein bisschen früher nach Hause gegangen. Aber jetzt geht's mir schon etwas besser. Die Oma schaute Heidegunde an. Lollipop merkte, dass die Oma darauf wartete, zu erfahren, wer das braunhaarige, dünne Mädchen sei. Er merkte auch, dass Heidegunde darauf wartete, zu erfahren, wer die Frau mit den Kreislaufbeschwerden sei, die da so plötzlich aus der Küche gekommen war. Nicht nur Lollipops Arme und Beine waren steif. Bis ins Gehirn hinein war Lollipop steif. Dabei wäre es ja ziemlich einfach gewesen. Er hätte ruhig sagen können, Oma, das ist die Heidegunde und Heidegunde, das ist die Oma. Heidegunde glaubte ja, Lollipop habe zwei Omas. Doch Lollipops steifen Hirn fiel das nicht ein. Lollipops steifen Hirn fiel ganz etwas anderes ein. Guten Tag, Frau Leitgeb. Die Frau Leitgeb war eine junge Frau, die zwei Wohnungen weiter wohnte. Wie Lollipop zur Wohnungstür gegangen war, hatte er die Frau Leitgeb am Gangfenster ein Staubduch ausschütteln gesehen. Einen wunderschönen guten Tag, Frau Leitgeb. Die Großmutter hielt das für einen Spaß. Guten Tag, Herr Bierbaum. Der Herr Bierbaum wohnte auch im Haus, einen Stock höher als Lollipop. Ach, und Sie sind die Frau Bierbaum, wenn ich nicht irre. Guten Tag, Frau Bierbaum. Heidegunde starrte die Oma erschrocken an. Doch bevor sie noch irgendwas sagen konnte, zog Lollipop sie ins Kinderzimmer. Er riss das Buch der Rekorde vom Bücherregal, drückte es Heidegunde in die Hand, schob Heidegunde samt Buch aus dem Kinderzimmer durchs Vorzimmer und zur Wohnungstür. Na dann, tschüss. Tschüss. Bleibt die Frau Bierbaum zum Mittagessen da. Es gibt Hilfeklöße mit Pflaumen. Nein, Frau Leitgeb, die Frau Bierbaum muss zur Front wieder gehen. Los, komm. Moment mal, Lolli, Hilfeklöße mit Pflaumen mag ich schrecklich gern. Bei uns zu Hause gibt es die nie. Nun, komm schon. Hey, wenn ich die Mama anrufe und ihr sage, dass ich bei dir essen will. Psst, komm schnell. Geht, sieh mich doch nicht so. Du kannst wirklich nicht hierbleiben. Die Frau Leitgeb ist ein bisschen blem, blem. Naja, ein bisschen beknackt scheint sie ja wirklich zu sein. Sagt die Frau Bierbaum zu mir. Aber beknackte Typen interessieren mich. Komm, gehen wir wieder rein. Heidegunde wollte natürlich wissen, wieso eine Frau, die nicht ganz richtig im Kopf war, in Lollipops Küche stand und Hefeklöße mit Pflaumen kochte. Lollipop erzählte Heidegunde, dass die Frau Leitgeb bei ihnen Putzfrau sei. Du, die ist richtig gefährlich. Manchmal fängt sie laut an zu kreischen und dann tobt sie. Du, meine Mutter und meine Großmutter haben mir streng verboten, Kinder mit nach Hause zu nehmen, wenn die Putzfrau Leitgeb in der Wohnung ist. Ja, und die Hefeklöße, die sie macht, schmecken nach Schuh, sohlen. Na, dann tschüss. Ja, ja, tschüss. Ach, das ist noch einmal gut gegangen. Eine Zeit lang ging auch alles ganz gut weiter. Doch dann war ein Nachmittag, da regnete es fürchterlich. Lollipop war bei Heidegunde, sie lernten zusammen ein Gedicht auswendig, da klingelte das Telefon. Die Mama von Heidegunde ging dran. Ja, bitte? Ja? Ach, Schwester Erna, ja, ja, einen Moment mal, bitte. Du, Lollipop, deine Oma ist nämlich am Telefon und sie ist in Sorge, dass du dich auf dem Nachhauseweg erkälten könntest. Hast du einen Regenmantel mit? Ja, ich hab den Regenmantel dabei. Ja, er hat seinen Regenmantel dabei, liebe Schwester. Übrigens, liebe Schwester, wir alle hätten sie gerne einmal privat kennengelernt. Ist doch wirklich schön, dass gerade Lollipop sie zur Oma hat, liebe Schwester. Lollipop fand, nun müsse er augenblicklich etwas unternehmen. Es war ja gar nicht auszudenken, wie das weitergehen sollte, wenn das Telefongespräch weiterfiel. Ja, ja, Lollipop versuchte sein Keuchhusten husten. Das, wo seine Familie immer so entsetzt schaute und Wasser holte, Trost zusprach und alles andere vergaß. Lollipop hustete noch besser als sonst, doch die Mama von Heidegunde vergaß leider nicht alles andere. Heidegunde, klopf ihm doch auf den Rücken. Ja, liebe Schwester, wo waren wir stehen geblieben? Heidegunde klopfte auf Lollipops Rücken herum. Sie lachte, weil ihr das Gehuste so komisch vorkam. Und das Husten, das Rückenklopfen und das Lachen zusammen waren derart laut, dass Lollipop nicht mehr verstehen konnte, was beim Telefonieren geredet wurde. Und dann musste er plötzlich echt husten. Irgendwie hat er sich beim falschen Husten verschluckt. Die Tränen kugelten ihm schon über die Wange. Das fand Heidegunde nicht so komisch. Mama, komm schnell, erst nicht. Die Mama kam und brauchte ein Glas Wasser. Lollipop trank und der echte Hustenreiz hörte auf. Lollipop schielte ins Nebenzimmer zum Telefon und sah, dass der Hörer aufgelegt war. Ich muss jetzt nach Hause gehen. Sonst bleibst du doch auch immer länger. Du, ich muss nur einen Aufsatz schreiben. Morgen kommt er ja wieder und da bringt er seine Oma mit. Das haben wir am Telefon ausgemacht. Lollipop schlüpfte in den Regenmantel und lief weg. Er marschierte durch den dichten, windigen Regen nach Hause und sah klar, dass seine Lage so beschissen war wie noch nie. Aber es gab ja noch die Lollipops. Ein Lollipop jedenfalls war das Einzige, was überhaupt noch helfen konnte. Die Großmutter hörte Lollipop die Treppe heraufkommen und hielt schon die Wohnungstür für ihn auf. Sag mal, Lollipop, was ist denn das für eine, die Mama von der Heidegunde? Wieso ist es ein Glück, dass ich deine Oma bin und warum sagt die dauernd Schwester zu mir? Ist ja auch komisch. Tja, vielleicht ist die bei so einer religiösen Sekte. Ja, ja, wir sind alle Brüder und Schwestern, sagen die immer. Lollipop hielt seinen Lollipop fest und klammert und dachte nach. Er war sich nämlich nicht klar, was der Grüne nun eigentlich bewirken sollte. Die Großmutter vom Besuch abhalten? Lollipop schaute probeweise durch den Lollipop auf die Großmutter. Wenn die von uns in einer komischen Sekte ist, da gehe ich lieber nicht hin. Ach, solche Leute wollen einen immer bekehren. Die wird dich immer wieder anrufen, wenn du nicht kommst. Lollipop guckte seine Schwester an. Durch den Lollipop natürlich. Och, dann sage ich ihm am Telefon, dass du leider verreisen musst. Und wenn sie nächste Woche wieder anruft oder übernächste? Lollipop ließ den Lollipop sinken. Er sah ein, dass der Lollipop zwar tadellos wirkte, dass ihm das aber auch nichts nützte. Er konnte ja schließlich nicht ein Jahr lang mit dem Lollipop vor dem Auge herumrennen. Ich muss nochmal weggehen. Warum? Ich muss einfach. Und dann ging er. Den Grünen ließ er übrigens auf dem Dielen-Schränkchen liegen. Lollipop ging wieder zurück durch den dichten wenigen Regen zurück zu Heidegundes Haus. Er klingelte ziemlich lang, bis ihm Tante Friederike aufmachte. Hast du was vergessen? Ja. Lollipop ist nochmal da. Er hat was vergessen. Hey, guck mal dich Lollipop. Was hast du denn vergessen? Du hattest doch nur deinen Regenmantel da an und dein Gedichtebuch hast du doch auch wieder mitgenommen. Ich habe trotzdem noch was vergessen. Was denn? Ich habe vergessen zu sagen, dass ich keine rothaarige Schwester Anna zur Großmutter habe. Was sagst du? Ich habe keine rothaarige Schwester Anna zur Großmutter. Bis auf die Großmutter, die ein bisschen schwerhörig war, verstanden sie ihn alle, aber sie begriffen nichts. Sie kannten doch die Schwester Anna. Vom Spital, von Lollipops Erzählungen und sogar vom Telefon. Ich habe wirklich keine rothaarige Schwester Anna zur Großmutter. Na sag mal. Und wer besucht uns dann morgen, wenn du keine Großmutter hast? Ich habe ja eine Großmutter, aber die ist keine Krankenschwester und kommt morgen nicht zu Besuch, weil ihr alle sagt, dass Putzfrauen saudumm, hinterhaltig und gelbgierig sind. Lollipop, Mensch, renn doch nicht weg. Warte doch mal an. Lollipop ging die Straße hinunter, Heidegunde lief im Regen neben ihm her. Sie war schon ganz nass. Lollipop lief immer schneller und Heidegunde keuchte an seiner Seite und schwor ihm nicht zu weichen, selbst auf die Gefahr hin, sich eine doppelte Lungenentzündung zu holen, bevor ihr Lollipop nicht die Sache mit der Großmutter erklärt habe. Sie kamen bis vor Lollipops Haus. Lollipop ging nicht in den Laden und blieb an der Tür stehen. Heidegunde ging zum Otto ins Geschäft. Sie stellte sich vor den Ölofen und wärmte sich. Der Otto brachte ihr ein Handtuch, mit dem ribbelte sie ihre Haare ab. Sie war fuchsteufelswild. Der ist komplett übergeschnappt, der Idiot. Ich habe ihm überhaupt nichts getan und er sagt, er will mich nicht mehr. Das gibt es doch gar nicht. Und vorher hat er gesagt, er hat keine Großmutter. Mann, oh Mann, dabei kennen wir alle seine Großmutter aus dem Krankenhaus. Wieso aus dem Krankenhaus? Weil mein Bruder im Krankenhaus war. Und da hat ihn die Schwester Erna gepflegt. Ja, wer ist denn Schwester Erna? Die Schwester Erna ist doch die Großmutter vom Lollipop. Wie bitte? Der gemischte Otto schaute zuerst die Heidegunde erstaunt an und die Heidegunde schaute den Otto erstaunt an. Sie konnte ja nicht wissen, dass der gemischte Otto die Oma seit Oma seit über 40 Jahren kannte. Und dann schauten die beiden aus der Tür hinaus. Da ging nämlich gerade die Oma von Lollipop vorbei auf der anderen Straßenseite. Sie war noch schnell beim Bäcker gewesen. Ach, da ist ja die alte Frau, die nicht ganz richtig im Kopf ist. Die, die manchmal kreischt und anfängt zu toben und die Hefeklöse macht sie nach Schuhsohlen schmecken. Die alte Frau, die ist ganz richtig im Kopf und sie tobt nie und kreischt nie. Und ihre Hefeklöse sind spitze. Sie ist nämlich meine Oma, meine einzige Oma. Und jetzt erklärte er Heidegunde die ganze Angelegenheit. Der gemischte Otto war beim Zuhören mindestens sechsmal aus der Fassung. Oh, mein liebes Rindvieh. Als Lollipop die ganze Angelegenheit fertig erklärt hatte, hatte Heidegunde auch endlich die Sache mit der Putzfrau kapiert. Du Lolli, tut mir wirklich leid. Ich hab das nicht so gemeint. Deine Oma hast sicher eine Ausnahme. Ich pfeife auf deine Ausnahme. Ich hab mich einfach geirrt. Nicht nur bei deiner Oma, bei Putzfrauen überhaupt, okay? Okay. Ja, und was ist jetzt? Wie jetzt? Was jetzt? Na, morgen. Geht jetzt die Oma zu Heidegunde? Nein. Doch! Und die Oma ging wirklich am nächsten Tag mit Lollipop zu Heidegundes Familie zum Nachmittagscafé. In Lollipops Leben gab es eine große Ungerechtigkeit. Lollipop hatte am 25. Dezember Geburtstag und das heißt, Lollipop hatte noch nie Geburtstag gefeiert, denn eine große Torte gab es Weihnachten sowieso und Geschenke hatte es am 24. gegeben und dass die Mutter am Morgen herzlichen Glückwunsch meinen Sohn sagte, kann man ja nicht feiern nennen. Lollipop ärgerte das. Ich will auch einmal wenigstens einen richtigen Geburtstag haben, mit allem drum und dran, was zu einer richtigen Geburtstagsparty gehört. Einmal abends, als die Schwester über ihm im Etagenbett auch nicht einschlafen konnte, erzählte ihr Lollipop spiele und das Zimmer von Mama und der Oma auch. Da kannst du höchstens ruhig auf einem Bein stehen spielen. Dem gemischten Otto erzählte Lollipop auch von der Geburtstag Ungerechtigkeit und von der Sehnsucht nach der Geburtstagsparty. Einer, der schon seinen Namen geändert hat, der wird auch seinen Geburtstag ändern können. Die Wester mit dem 1. April Lollipop ist doch ein Großmutter mit, dass er seinen ungerechten Geburtstag auf den 1. April verlegt habe. Die Mutter jammerte ein bisschen. Muss das sein, Lolli? Diesem Monat bin ich mit dem Geld sowieso was knapp. Da kann ich mir einen Geburtstag kaum leisten. Ich muss aber sein. Ich will ja auch keine Geschenke. Nur eine Geburtstagsparty. Ich finde ja auch, dass der ungerechte Geburtstag geändert werden musst. Ich habe nichts gegen den 1. April aber für eine Party ist die Wohnung zu klein. Drei Kinder höchstens. Drei kannst dich einladen. Vielleicht auch vier oder fünf. Oder sechs wenn sie dünn sind. 25 oder gar nicht. Dann gar nicht. Lollipop bekam seine Geburtstagsparty trotzdem. Weil am 1. April schönes Wetter war. Weil Lollipop im ganzen Haus allgemein beliebt war und weil der gemischte Auto nicht nur gute sondern hin und wieder auch geniale Einfälle hatte. Wozu haben wir denn hinter dem Haus einen großen Hof? Zum Teppichklopfen für den Mistkübel und für die Spatzen. Und für die Geburtstagsparty. Von den Spatzen steht auch nichts drin. Dann werde ich die Mieter fragen, ob sie was dagegen haben. Die Mieter hatten nichts dagegen. Bis auf den Herrn Rusica aus dem zweiten Stock, aber der wurde überstimmt. Am 1. April kamen 25 Kinder in den Hof hinter Lollipops Haus. Die Frau Leitgeb machte ihr Schlafzimmerfenster weit auf und stellte den Plattenspieler auf höchste Lautstärke. Der Herr Bierbaum brachte Holzkohle und einen alten großen Ofenrost in den Hof. Die Frau Bierbaum spendierte 26 paar Frankfurter und Die Hausmeisterin brachte drei sehr große Marmorkuchen und eine Torte. Alles selbst gebacken. Lollipops Schwester hängte Faschingsschlangen über die Klopfstange und über die Mülleimer. Lollipops Großmutter richtete auf der Kohlenkiste vom Herrn Rusica eine richtige Tombola her. Mit Losen und Preisen. Der gemischte Otto brachte vier Kisten Cola und eine Kiste Zitronenlimonade. Es war ein super Fest. Ach so ja, der gemischte Otto brachte zwischendurch noch Schachteln mit Nugatstangen und Schokoladenbrezeln aus dem Geschäft. Und Beutelchen mit Gummibärchen und eine Schachtel Lutscher mit Stiel Marke Lollipop mit in USA. Den Kindern schmeckten die Nugatstangen und die Schokoladenbrezeln. Auch die Gummibärchen. Die Lollipops blieben in der Schachtel. Waldmeister Geschmack ist eben nicht jedermanns Sache. Nur der Tommy nahm sich einen Lutscher mit Stiel. Der Tommy hatte gar nicht richtig mit gefeiert. Bloß zugeschaut. Getanzt hatte er auch nicht. Lollipop Wer ist denn eigentlich der langweilige Kerl, der dauernd unter der Klopfstange hockt und mit niemandem redet? Tommy saß also unter der Klopfstange. Er schweckte an seinem Lollipop. Ganz dünn und durchsichtig war der Lollipop schon. Lollipop kümmere dich doch mal ein bisschen um den Tommy. Sei so lieb. Der sieht so einsam aus, der arme Kerl. Keiner redet mit ihm. Lollipop konnte sich nicht gleich um den Tommy kümmern, denn zuerst musste er Cola nachschenken, dann musste er einen Ehrentanz mit der Hausmeisterin machen und dann zeigte ihm Heidegunde ein neues Spiel. Als sich Egon und dann tanzte er mit der Gabriele und als der nächste Tanz begann ließ der Tommy die Gabriele stehen und ging auf die Eveline mit den Feilchen Augen zu. Na der bist du garantiert so langweilig und Geld hast du ja auch keins. Der Tommy war noch ein paar Schritte von Eveline entfernt da lief ihm die Eveline entgegen und lächelte ihn aus den Feilchen Augen strahlend an das gibt es doch nicht das ist doch unmöglich und wie Lollipop genau hinschaute sah er dass der Tommy den grünen Lollipop vor dem rechten Auge hatte das linke Auge hatte er zu Lollipop holte die Schachtel mit den Lollipops mindestens drei dutzend grüne war macht er tat den Deckel auf die Schachtel und nahm einen Bindfaden und machte ein fest verschlossenes Paket aus der Lollipop Schachtel um sechs Uhr abends war die Geburtstagsparty zu Ende Lollipop dein Fest war viel lustiger als meins es war überhaupt das beste fest auf dem ich hier gewesen bin als letzter von allen Kindern ging der Tommy nach Hause es war so schön wie noch nie im Leben Lollipop drückte Tommy die Lollipop Schachtel in die Arme da ich brauche sie nicht mehr das sind merkwürdige Lutsche schmecken gut ne das ist es nicht ich bin da auf was gekommen durch Zufall wenn man die Lutsche ableckt so dass sie ganz dünn und durchsichtig werden und wenn man sie dann ich an deiner Stelle würde kein weiteres Wort darüber verlieren und sie nähen gern wenn du willst Tommy packte sich die Lollipop Schachtel unter den Arm und ging nach Hause Lollipop schaute hinter ihm her und war sehr froh 22 23 dins j j j j j Vielen Dank.